hey leute freitag aus guter tradition rätseltag und aus genauso guter tradition schauen wir uns nicht das tagesaktuelle rätsel an sondern ein etwas schwierigeres aus der letzten woche schnappt mich wenn ihr könnt vom thomas bei 18 hast du auch schon mal besser gefunden hier kommt der plan nichts anmerken lassen und die gurke irgendwie mit 61 ins ziel zirkeln ja also wenn das kein guter plan erstmal ist dann weiß ich es auch nicht schauen wir mal auf die karte zu dem entsprechenden vorfall also ich denke mal in mittelhand das sind doch wirklich pflicht 18 fünf schöne trümpfe zwei asse an der seite die frage ist ja an sich nur wenn wir es für 18 nicht kriegen gehen wir dann noch weiter aber wenn man es für 18 kriegt dann ist ja meistens auch eine verstärkung drin und in dem fall allerdings höchststrafe zwei bilder auch noch in diesen unpassenden farben und damit haben wir jetzt natürlich ein echtes problem spiel das ist jetzt schon zu erkennen man kann sicher auch auf die idee kommen kreuz damen und herz könig also genau wie gefunden wieder zurück zu drücken um wenigstens ein bild noch gedrückt zu haben aber genau dieses beispiel zeigt auch dass die klassische drückung eine farbe komplett weg vier augen in herz zu drücken zumindest in dieser verteilung seine oder ihre berechtigung hat denn nur so können wir tatsächlich obwohl hier die trümpfe zu viert dagegen stehen was wir natürlich noch nicht wissen können das spiel mit 61 gewinnen aber auch wirklich nur wenn wir alles exakt treffen also sehr hellseherisch unterwegs sind das kann man am tisch sicher nicht voraussetzen das wird sehr selten hier beim ersten mal funktionieren deswegen durchaus so ein bisschen ausprobier rätsel auch was aber eben auch zeigen soll und euch sicher zeigt dass man hier die flinte nicht zu früh ins korn werfen soll und muss dass man immer auch mit solchen schwächeren spielen seine chancen suchen kann also ich sage jetzt mal am echten tisch du hast du eine kirche durchaus plausibel dass du jetzt hier vielleicht schnippelst und hoffst dass die kreuz 10 schon mal irgendwie vor dir sitzt wobei du die ja dann auch selten direkt bekommst in dem fall sitze direkt hinter dir dann hast du wenigstens dass den kreuz könig quasi noch als option den zu schnappen gut jetzt willst du auch vielleicht nicht in mittelhand kommen spielst deswegen vielleicht einen buben raus okay bleibst erst mal am spiel läuft irgendwie weiter und ja es wird sich jetzt hier einfach herausstellen jetzt bist du trumpf ein bisschen nackig die trümpfe stehen zu viert dagegen ja da wird vielleicht trumpf abgezogen jetzt kommt sogar jetzt der kreuz könig wenn du stehst na ja stehst du knapp über 30 bekommst du das pick erst wenn du jetzt abwürfst gewinnst du leider auch nichts denn der spieler hat jetzt noch das herz ass zum vorsetzen und dann kommst du auch nicht an die peak 10 ran das einzig gute an dieser verteilung ist industrie das erste mal so ausprobiert hast dass die peak 10 einfach bestellt vor dir sitzt und das ist deswegen die karte auf die du typischerweise dein augenmerk richten solltest und an der stelle muss ich mich dann auch gleich einmal entschuldigen in der ersten version des rätsels war ein kleiner fehler im abschlusstext da habe ich behauptet dass eben nur mit der peak 10 das spiel gewonnen werden kann ich denke auch im ersten tipp das ist tatsächlich nicht der fall wie ich relativ schnell von euch gehört habe ja der schwarm ist wach der schwarm ist aufmerksam und ich glaube die erste whatsapp kam um kurz nach zwei in der nacht und am morgen noch weitere e-mails kommentare im facebook rätsel forum also danke dafür danke dass ihr so aufmerksam seid und so habe ich dann eben auch festgestellt ja es gibt tatsächlich zwei wege sogar die zum erfolg führen und nachdem wir jetzt eben gesehen haben was nicht klappt wollen wir uns diese hauchdünnen sieglinien mal einmal anschauen so also vier augen gedrückt das ist erkannt und in dem fall auch eine ganz interessante geschichte führt der schnitt mit der kreuz dame eben direkt unwiderruflich in die niederlage die 10 sitzt hinter uns und deswegen ist es tatsächlich hier schlau oder einzig siegbringend mit dem ass rauf zu gehen nicht wir bekommen damit in dem moment nicht sofort irgendwie mehr augen aber wir bekommen später im spielverlauf potenziell ein besseres stellungsspiel weil wir nach der zweiten kreuzrunde dann eben in hinterhand sitzen und nicht der siebte kreuz gegen uns direkt zu früh druck machen kann jetzt gibt es den weg den auf den sich mein abschlusstext bezog und den ich für einigermaßen eher noch plausibel halte als den anderen etwas abgehobenen weg und das ist trumpf und da muss man dann hier aber auch schon ein bisschen das glück vielleicht haben dass man tatsächlich den piekbuben trifft kann man ja so oder so mal spielen mal mit der lusche mal mit dem piekbuben je nachdem worauf man hinaus möchte in diesem fall ist der piekbube hier zielführend auch wenn das nicht sofort ersichtlich ist so nach einer trumpfrunde nach einer kreuzrunde kommt jetzt herz das kommt auf den tisch das verhaften wir natürlich und jetzt ist es genau so wichtig dass wir hier die karo 7 noch im blatt behalten damit wir nicht von dem trumpf starken spieler nachher noch in der karo 9 eingespielt werden können und selber mit piek antreten müssen der herz das war blank das ist der grund warum der spieler das jetzt gelegt hat das kann er sowieso nicht vor uns verstecken und ja jetzt müssen wir eben genau diesen weiteren vorteil oder die ausnutzen dass da die einfach bestellte piek 10 steht und der spieler kann auf diesem weg tatsächlich nicht mit der piek 10 an uns vorbei er kann es versuchen hier so anzutäuschen piek 8 abzuwerfen und wenn wir dusselig genug sind jetzt hier auch mit abzuwerfen dann wird er die piek 10 natürlich noch los und wir können nichts gewinnen aber wir können jetzt hier auf 60 nein auf 40 stechen und dann müssen wir eben sowieso hoffen dass es jetzt soweit ist entweder direkt das pik erst ziehen einfach nur mal aus spaß weil sie das können gegen die vier trümpfe könnten wir jetzt auch noch trumpf rausschubsen und ja im vorletzten oder im letzten na im vorletzten dann hier den sack auf 61 zu machen also nie zu früh aufgeben vier trumpf dagegen schön und gut aber dann eben auch die einfach bestellte piek 10 davor brauchst du ein bisschen den riecher aber kann am guten tag auch mal funktionieren soll jetzt einfach um die sache abzurunden um es vollständig zu machen auch noch mal den zweiten weg wie kann das spiel auch gewonnen werden das ist jetzt wirklich so eine etwas verrückte engine linie die wirst du am tisch also keinesfalls die kannst du mit verdeckten karten quasi gar nicht finden aber hier in unserem ausprobier experimentier rätsel modus können wir die natürlich auch mal thematisieren ja das funktioniert dann also so kreuz kommt raus wir gehen rauf und dann gar nicht trumpf auch nicht piek piek ist natürlich unser rückgrat brauchen auf jeden fall gegen die bestellte piek 10 nein direkt kreuz wieder raus so was ändert sich daran die allwissen engine erkennt schon das stellungsspiel hier ist nicht gut für mich herz ast werde ich wahrscheinlich verlieren piek 10 werde ich womöglich verlieren ich versuche es über trumpf beste idee dass wir hier auch irgendwo noch mal ins klo greifen schlechten zuck machen tun wir jetzt aber nicht also wir schnappen hier bei den zwei augen noch nicht zu bleiben ja auch schön in der hinterhand was sollen wir damit hier sage ich jetzt mal ist die gefahr vielleicht schon viel größer dass man sagen würde ja mensch das sind sechs augen nehme ich mit habe auch noch den tempo gewinn aber auch das würde nicht funktionieren nein auch hier müssen wir weg bleiben um wirklich immer noch die jagd auf die beiden vollen piek 10 und herz ast für uns offen zu halten so kreuz 8 noch wieder so ein linker zug was macht man damit jetzt hier tatsächlich abwurf hinten wird geschmiert aber nicht nervös werden hier können wir jetzt ein auge wieder sparen also nicht die trumpf dame geben denn der spieler hat listiges vor er möchte uns hier mit der trumpf 10 einspielen das ist ja seine bessere chance die wenn man so will die einzige chance für ihn seine piek 10 zu verteidigen allerdings hat diese chance natürlich auch einen preis und den holen wir jetzt ab er muss tatsächlich jetzt uns das herz ast zu geben und in diesem szenario gewinnen wir halt jetzt mit 61 auch ohne die piek 10 das war mir tatsächlich entgangen daraufhin bezogen sich eure hilfreichen kommentare den abschlusstext haben wir inzwischen entsprechend angepasst könnt ihr hier sehen oder hast du sogar den zweiten und noch spektakulären siegweg gefunden ja viele von euch haben offenbar den weg sogar zuerst gefunden respekt dafür und so oder so schlitzohrig und abgebrüht das ist euer applaus also eine ganz schöne partie mal wieder vielen dank also auch nochmal an thomas für die einreichung dann hoffe ich dass ihr jetzt noch ein schönes wochenende vor euch habt mit viel skat idealerweise dass ihr auch an dem rätsel von heute oder an weiteren noch offenen rätseln noch ein bisschen knobeln und knabbern könnt wir wünschen euch noch einen schönen tag und wie immer gut bleibt